Hi und herzlich willkommen zurück im Tatendrang-Podcast. Ich wünsche dir ein wundervolles Jahr 2023, voller Glücksmomente, magische Momente, voller Gesundheit, voller Kraft und vor allem ein Jahr, was du einfach genießt, was auch immer Genießen für dich persönlich bedeutet. Ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist und ich werde heute mit dir durch ein paar Impulse gehen, um das Jahr 2023 zu planen und ich habe das Gefühl, bei dieser Jahresplanung gibt es irgendwie so zwei Lager. Das sind einmal die Menschen, die das total lieben und darin total aufgehen und sich vielleicht auch Vorsätze vornehmen, Ziele stecken und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch das Lager, was damit überhaupt nichts anfangen kann. Und du kannst ja gerne mal einchecken, zu welchem Lager du dich zugehörig fühlst, ob du gerne planst oder ob du diese Podcast-Folge gerade mit so einem bisschen inneren Widerstand anhörst. Egal, wo du dich zugehörig fühlst, ich glaube, du kannst aus dieser Podcast-Folge dennoch ganz, ganz viel mitnehmen. Und sei es nur ein, zwei Impulse, die sich für dich stimmig anfühlen, wo du meinst, hey, ich bin nicht die große Planerin, aber genau das passt für mich. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Tatendrang, dein Digital Leadership Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und der zunehmende Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleit und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang umzusetzen. Bevor wir jetzt inhaltlich rein starten, möchte ich noch gerne einen Hinweis auf mein Empower.me-Programm mit dir teilen. Am 16. Januar ist es wieder soweit. Empower.me startet als Gruppencoaching in eine neue Runde. Das Programm ist aufgeteilt in sechs Module, welche über vier Monate laufen und in diesen vier Monaten arbeitest du an einem Ziel, was du dir steckst. Du musst dieses Ziel vorher noch gar nicht wissen. Ehrlicherweise habe ich auch Teilnehmerinnen in diesem Programm gehabt, die mit dem Ziel oder mit der Intention reingekommen sind, ich hätte gerne wieder etwas, auf das ich hinarbeite oder auf das ich mich hinentwickle. Ich habe das aber gerade nicht. Und auch daran werden wir arbeiten. Das ist genau ein perfektes Thema, was für Empower.me geeignet ist. Denn Empower.me kannst du dir so vorstellen, du durchläufst einen Prozess, den du für dich ganz persönlich ausgestalten kannst. Ich habe beispielsweise Teilnehmerinnen, die sind ins Programm gestartet, weil sie mehr Ausgleich, mehr Ruhe, mehr für sich selbst tun wollten. Und wieder andere haben sich ganz gezielt das Ziel gesteckt, hey, ich fange einen neuen Job an und ich hätte dabei gerne Unterstützung in diesem Prozess, weil er sich für mich noch so groß, so weit weg und so unsicher anfühlt, dass ich gerne daran arbeiten möchte. Oder wieder andere, die einfach ein ganz spezifisches Thema schon haben, so hey, ich möchte im Jahr 2023 das Thema Sichtbarkeit angehen und daran diesen Prozess durchlaufen. Und dieser Prozess, ich habe ja schon gesagt, besteht aus sechs Modulen. Wir starten erst mal beim Status Quo. Wo stehst du? Wie sieht dein Leben gerade aus? Wie sehen deine unterschiedlichen Lebensbereiche gerade aus? Wir kümmern uns dann auch um dein Selbstbild, welches du ganz gezielt auf dein Thema hast. Und gucken da, wo gibt es da noch Punkte, die dich eben nicht in deine Kraft kommen lassen. Empower me, der Titel sagt das schon, es geht darum, dich in deine Kraft zu bringen, um dein Ziel zu erreichen. Und dann geht es natürlich auch darum zu gucken, wo hast du aus deiner Vergangenheit Erfahrungen gemacht oder Blockaden aufgesammelt. Da passieren oftmals Dinge, aus denen wir etwas schlussfolgern, was uns im Erwachsenenalter einfach davon abhält, die Dinge umzusetzen. Und die schauen wir uns auch an und lösen sie auf. Und dann geht es ganz konkret darum, deine Zukunft zu gestalten. Welche Werte möchtest du leben? Welche Gewohnheiten bringen dich an dein Ziel? Was ist so dieses zukünftige Ich, auf das du zuarbeitest, auf das du dich hin entwickelst? Und ja, es geht ganz konkret auch um das Thema Umsetzung. Also es geht hier nicht um eine Kopfgeburt und dir irgendwelche Gedanken und Träume aufzustellen, sondern es geht ganz konkret darum, was kannst du konkret tun, um in die Umsetzung zu kommen. Und daran werden wir die vier Monate arbeiten. Und es ist in der Tat auch ein bisschen Arbeit. Es braucht von dir auch das Commitment, die Dinge umzusetzen. Es ist kein Online-Kurs, den du dir einfach mal so nebenbei irgendwie reinsnackst und dann daraus aber nichts entsteht, sondern ich begleite dich ganz aktiv bei der Umsetzung, in deine Power zu kommen. Und wenn du da dabei sein möchtest, am 16. Januar geht es los. Die Live-Sessions finden meistens montags statt. Das sind zwei-Stunden-Sessions. Die Q&A-Sessions kommen noch on top. Du hast eine Plattform, wo du vielfältige Inhalte findest. Aber das Wichtigste ist eben, dass du für dich dieses inner-Calling spürst. Hey, ich möchte 2023 losgehen. Ich wünsche mir dabei Unterstützung. Ich möchte das in der Gruppe machen. Auch die Gruppe ist so nährend und tragend und bringt dich so sehr in deine Kraft. Und wenn du da Bock drauf hast, dann melde dich gerne direkt an. Du findest den Link in den Shownotes. Oder melde dich gerne bei mir nochmal, falls du letzte Fragen hast, die du klären möchtest. Und dann starten wir am 16. Januar zusammen in den Kick-Off und setzen uns gemeinsam das Ziel für die Empower Me-Reise. Und ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Planung 2023. Wenn wir uns mit der Planung 2023 beschäftigen, ist für mich immer so der erste Punkt oder der erste Schritt, erstmal den Raum ganz groß aufzumachen. Und du darfst gerne dir ein Blatt Papier nehmen oder dein iPad und einfach mal aufschreiben, die beste und schönste Version von 2023 ist ... Und dann darfst du alles aufschreiben, was dir in den Sinn kommt. Und du kannst einfach mal eine Liste machen von Träumen und Zielen oder Punkten, die du in 2023 erleben möchtest. Du kannst in einzelne Situationen tiefer und detaillierter einsteigen. Wo bist du? Wie erlebst du die Situation? Mit wem? Was kannst du in dem Moment sehen, wahrnehmen, spüren, riechen, schmecken? Was nimmst du wahr? Und mach das gerne wirklich in einer ruhigen Minute. Nimm dir dafür ein bisschen Zeit. Leg einen schönen Song auf. Auch vielleicht ein Song, der dich über das Jahr begleiten soll, der dir Kraft gibt, der positive Lyrics hat, der dir einfach hilft zu träumen. Am nächsten Schritt mache ich das ganz gerne, dass ich die einzelnen Lebensbereiche aufmache. Und du kannst einfach mal gucken, welche Lebensbereiche sich für dich stimmig anfühlen. Für mich ist ein Lebensbereich Familie, Freunde, die Partnerschaft, Freizeithobbys, Gesundheit, meine persönliche Entwicklung, mein Beruf bzw. Karriere kannst du vielleicht hinschreiben oder auch berufliche Weiterentwicklung. Dann ist für mich auch ein Lebensbereich Glaube und Spiritualität und die Finanzen. Und zu jedem dieser Lebensbereiche schreibe ich mir ganz gerne, ja, Ereignisse auf. Und das auch gerne in der Gegenwartsform oder vielleicht sogar in der Vergangenheitsform. Dass du wirklich ausdrückst, dass das passiert, dass das passiert ist. Und schreibst einfach auf, was du in den einzelnen Lebensbereichen gerne erleben oder erfahren möchtest. Und ich kann dir einfach mal so ein paar Dinge bei mir nennen. Bei mir ist es beispielsweise in meiner Partnerschaft, dass wir uns dieses Jahr zu Weihnachten jeweils Sexdates geschenkt haben. Das heißt, abwechselnd ist jeder monatlich dafür verantwortlich, eine Date Night zu organisieren und da einfach irgendwas zusammen zu machen. Vielleicht ist es einfach Essen gehen, vielleicht ist es ein Theaterbesuch, vielleicht ist es auch was Sportlicheres oder ein schönes Picknick. Und das haben wir uns in diesem Jahr vorgenommen. Dann habe ich mir vorgenommen im Bereich Gesundheit, dass ich 52 Mal Yoga mache. Also mindestens einmal die Woche, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen Ausgleich. In manchen Wochen mehr oder in manchen Wochen, wenn ich unterwegs bin, passt es vielleicht weniger. Das habe ich mir vorgenommen. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich einmal im Monat mir eine, ich habe Selfcare Session genannt. Das kann ein Besuch in der Therme sein oder eine Massage oder irgendwas, was meine Gesundheit, mein Wohlbefinden, mein Energielevel steigert. Ich habe mir zum Beispiel auch aufgeschrieben, dass ich mal zur Akupunktur gehe oder eine Reiki Session mache. Also genau, dann in Richtung Freizeit, Hobbys, habe ich mir aufgeschrieben, dass ich mal super gerne wieder reiten möchte. Das habe ich in meiner Jugend sehr lange gemacht. Ich habe auch das kleine Reiterzeichen gemacht, falls dir das was sagt. Ich habe das super gut bestanden. Ich bin damals auch, habe auch Springreiten gemacht. Fand ich richtig cool. Aber irgendwann ist es einfach aufgrund der vielen Hobbys, die ich hatte. Ich habe auch Handball gespielt zu der Zeit und war in der Jugendfeuerwehr etc. Und irgendwann, nach und nach, habe ich mich dann einfach fokussiert auf das Handball und habe alles andere gehen lassen. Aber da habe ich irgendwie richtig Bock drauf. Und auch, ja, einfach mal wieder so Dinge auszuprobieren. Ich habe auch aufgeschrieben, dass ich Bowl dann mal ausprobieren möchte, dass ich tanzen möchte. Ich habe mich auch schon ein bisschen umgeschaut, was es hier so in Karlsruhe gibt. Im Bereich Glaube und Spiritualität habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, dass ich regelmäßiger meditiere. Auch da, es hilft natürlich eine Zahl dazu zu schreiben. Ich habe aufgeschrieben, dass ich täglich meditiere. Und ich habe einfach unterschiedliche Längen an Meditationen, die ich dafür gerne nutze. Und es gibt auch welche, die sind einfach 15 Minuten. Und ich glaube, das schaffe ich dann auch jeden Tag umzusetzen. Ich möchte aber da auch wirklich dranbleiben an den längeren Meditationen, weil ich einfach weiß, ich komme tiefer. Und es ist so kräftigend für mich. Und ich fühle mich getragen und ich fühle mich in so einer Verbindung, dass das das, was ist, was ich in diesem Jahr auf jeden Fall regelmäßiger und dem Ganzen mehr Raum geben möchte. In meiner beruflichen Weiterentwicklung habe ich aufgeschrieben, dass ich den M-Trace Mastercoach machen werde. Die Termine stehen auch schon. Das wird jetzt im Januar sogar direkt passieren. Da bin ich für zwei Wochen in Berlin und werde da an zwei Weiterbildungen teilnehmen. Und da freue ich mich schon mega drauf. Ich habe auch aufgeschrieben, dass ich in diesem Jahr wieder 1 zu 1 Kundinnen betreuen möchte oder begleiten möchte. Das habe ich ja letztes Jahr, Mitte des Jahres so ein bisschen auf On Hold gestellt, weil es einfach andere Projekte gab, andere Aufträge, Gruppenprogramme etc., die da anstanden. Und da ist aber jetzt wieder Raum da. Das heißt, auch da, wenn du in einem 1 zu 1 Format begleitet werden möchtest, dann melde dich da gerne bei mir. 1 zu 1 bedeutet, dass du natürlich viel mehr Zeit mit mir hast, dass wir viel tiefer gehen können, um deine Blockaden aufzulösen. Und ja, da freue ich mich einfach sehr, sehr drauf. Ich habe ja vielleicht auch das noch, um dir die Möglichkeit einfach aufzumachen. Ich habe ja ein Workbook gestaltet für die Planung 23. Und das ist auch das, was ich gerade, während ich diese Podcast-Folge aufnehme, so ein bisschen durchgehe. Ich habe ja einen Jahresabschluss-Workshop gegeben und auch einen Jahresplanungs-Workshop. Jetzt, wenn die Podcast-Folge online geht, hat der einen Tag vorher stattgefunden. Falls du da aber noch die Aufzeichnung erwerben möchtest und das für dich durchgehen möchtest und auch diese zwei Workbooks sowohl 2022 abzuschließen. Und im Live-Workshop haben wir das auf eine sehr emotionale Art und Weise getan. Also die herausfordernde Situation, die da war, wirklich auch nochmal hochkommen lassen, die Emotionen gefühlt und dann aber auch reguliert und bearbeitet. Dazu gibt es die Aufzeichnung und eben von dem Workshop, der dann eben gestern stattgefunden hat. Da werde ich auch eine, beziehungsweise jetzt gerade, heute findet er statt. Aber wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann hat er eben gestern stattgefunden. Und in diesem Workshop werde ich auch eine schöne Meditation anleiten, wo du dein Wort für 2023 findest. Wenn du die Aufzeichnung noch erwerben möchtest, dann mach das gerne. Den Link findest du in den Shownotes. Und ja, ich gehe gerade so ein bisschen dieses Workbook, wie gesagt, durch. Und teile einfach so ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Im Workbook findest du auch eine Section, wo du Sätze intuitiv vervollständigen darfst. Und ein Satz ist beispielsweise, 2023 schiebe ich folgendes nicht mehr auf. Und ich habe aufgeschrieben, Vorsorgetermine. Und ich höre mich wahrscheinlich an wie deine Mutti. Aber es war wirklich eine Sache, die ich habe ich 2022 nicht so ganz ernst genommen. Und es ist jetzt nicht so, dass daraus irgendwas resultiert ist. Aber ich finde, unsere Gesundheit ist einfach das wichtigste Gut, was wir haben. Und auch wenn du dir die Podcast-Folgen wahrscheinlich von letztem Jahr anhörst und jetzt auch in diesem Jahr wieder. Gesundheit ist für mich so unfassbar wichtig. Mein Energielevel, mein Wohlbefinden, mein Level an Selbstvertrauen, an was tue ich mir selbst auch Gutes. Das ist einfach ziemlich hoch. Und es ist ein großes Bedürfnis von mir, mich darum zu kümmern. Und das braucht am Ende auch einfach Zeit und Energie und Raum. Und deshalb Vorsorgetermine, Zahnarzt, Frauenarzt, Hausarzt, was auch immer da bei dir ansteht. Nimm es ernst, mach das. Warte nicht, ignorier das nicht, bis es zu spät ist, sondern mach es einfach. Jetzt, wenn ich, ich habe mir diese Dinge, die ich hier aufgeschrieben habe, das habe ich schon so Ende letzten Jahres gemacht. Und es ist witzig, wenn ich jetzt drauf schaue, weil ich hatte lange Zeit kein Wort. Und das ist auch so die letzte Sache, die ich sowohl in dem Workbook als auch hier in dem Podcast später teilen werde. Und jetzt, wenn ich diese einzelnen Fragen so durchgehe, wie beispielsweise, für 2023 gebe ich mir folgenden Ratschlag. Oder 2023 wird für mich ganz besonders, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Dann, oder auch Ende 2023 möchte ich das andere über mich sagen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ist es ganz witzig, welches Jahreswort sich für mich gezeigt hat. Das teile ich dann gleich am Ende, wenn es soweit ist. Aber ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil da steht es eigentlich schon überall mit drin. Dann gibt es eine Frage in der Sektion Leave it there im Workbook. Was möchtest du loslassen? Oder was möchtest du auch 2023 nicht mehr tun? Was ich nicht mehr tun möchte, sind vor allem zwei Dinge. Das eine ist, Entscheidungen hinaus zu zögern. Das ist mir 2022 in der Tat ein paar Mal passiert. Und das raubt so viel Headspace und Gedanken und Fokus, dass ich das auf gar keinen Fall mehr möchte. Ich möchte Entscheidungen schneller treffen. Und das habe ich auch schon Ende letzten Jahres oft getan. Ganz oft haben wir schon eine Intuition, möchte ich das machen? Und es geht dann eher darum, oh fuck, der Preis ist so hoch. Oder oh fuck, wie mache ich das zeitlich? Wie kann ich es mir möglich machen? Und in dieser Entscheidung steckt wirklich so viel Kraft. Ich habe mich darauf trainiert. Ich entscheide einfach. Ich analysiere da jetzt nicht mehr lange rum. Ich habe eine Intuition, will ich es machen oder will ich es nicht machen? Und dann mache ich es einfach. Und dann deal with it. Und das ist auch für mich ein Trainingsprozess. Hast du vielleicht auch schon rausgehört, auch aus dem Podcast, Angst vor falschen Entscheidungen, wie ich damit umgehe. Und dass sich da immer noch Anteile von alten Identitäten oder von deiner bisherigen Gewohnheit sich zeigen. Und du aber einfach liebevoll und achtsam es auch gehen lassen darfst. Und was ich auch 2023 nicht mehr tun möchte, ist mein schlechtes Gefühl ignorieren. Und was meine ich damit? Vielleicht kennst du das, dass wenn du eine Person kennenlernst oder in einem Vorgespräch bist oder auch wenn sich an sich eine tolle Gelegenheit ergibt und du aber dann in diesem Vorgespräch, in dieser Abstimmung, in diesem Kennenlernprozess merkst, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Und dieses schlechte Gefühl möchte ich nicht mehr ignorieren. Wenn ich es fühle, dass irgendwas für mich nicht stimmig ist, dann möchte ich es einfach absagen. Und ich möchte diese Absage eben nicht mehr herauszögern, dass ich es am Ende schriftlich mache, weil ich mich dann verstecken kann, sondern ich möchte es in der Situation klar und deutlich aussprechen, um mir selbst zu signalisieren, ich höre dich, Intuition, ich nehme dieses Gefühl ernst, ich nehme mich selbst ernst, ich nehme mich selbst auch wichtig. Ich nehme mich nicht zu ernst, aber ich nehme mich wichtig. Und aus irgendeinem Grund passt es gerade für mich nicht und das ist dann in Ordnung. Was ich natürlich auch gemacht habe, ist mein Jahr 2023 so ein bisschen zu planen anhand eines Kalenders. Ich nutze da immer super gerne so eine monatliche Übersicht. Also ganz konkret, wie ich da arbeite, kann ich auch mit dir teilen. Es gibt eine Page, die heißt Kalenderpedia. Da kannst du so unterschiedliche Formate an Kalendern herunterladen in Tabellenform. Oder eine, die ich eben nutze, das ist so ein Querformat, hast du dann einen Monat. Und da trage ich dann zusätzlich noch zu meinem Google-Kalender, wo ich alles pflege, wo ich auch mit meinem Partner den Kalender schere. Da trage ich natürlich alle Termine ein, da trage ich Blocker ein für den Urlaub etc. Und mir hilft es aber total, dass in der Tat auch nochmal auf meiner Notiz-App, das ist in dem Fall GoodNotes auf dem iPad, diese Vorlage, die kannst du da importieren und das auch nochmal einzutragen mit unterschiedlichen Farben. Wann finden die Empower-Me-Sessions statt? Wann findet das Digital Leadership Coaching statt? Dieses Jahr werde ich eine Leadership Journey für über 50 internationale Führungskräfte leiten. Das ist von einem mittelständischen Unternehmen und da finden auch monatlich drei Sessions statt. Die habe ich mir natürlich eingetragen. Und so habe ich einfach schon eine Übersicht und ich weiß, wann welches Programm stattfindet. Also beispielsweise jetzt im Januar startet ja das Empower-Me-Programm am 16. Das geht dann bis in den April hinein. Im, ja, voraussichtlich März startet wieder das Digital Leadership Coaching als Gruppenprogramm. Danach im Mai gibt es auch ein neues Programm, das nennt sich Becoming. Ich glaube, der Titel oder ja, der Name sagt es schon. Wie du zu der Person wirst, die du gerne sein möchtest. Das ist ein Identitätsprogramm, welches ich gestalte. Das ist ein Sechs-Wochen-Programm. Und auch dafür habe ich die Termine schon eingetragen. Das startet auch am 16. Mai. Wenn du da Bock drauf hast, schreib mir schon mal. Dann kann ich dich da auf die Liste packen. Genau. Und so bis zum Sommer hin, bis August ist eigentlich schon, ja, bei mir alles geplant. Und das hilft mir einfach total auch, ne, welche Wochenenden will ich noch mit Freunden verbringen. Das ist auch eine Sache, die ich mir in diesem Jahr vorgenommen habe, dass ich da mehr Raum gebe. Und auch da ist im Februar schon ein Wochenende geplant. Und ja, das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und deshalb mache ich auch diese Planung so gerne, weil ich einfach weiß, so habe ich die Dinge im Griff. So kann ich die Sachen, die ich umsetzen möchte, auch umsetzen. Und auch wenn ich in der Rückschau merke, okay, was letztes Jahr nicht so gut funktioniert habe, dann kann ich jetzt eben nachjustieren. Ja, in meinem Workbook, ich habe es jetzt schon angekündigt, habe ich auf der letzten Seite eine Page, die heißt One Word. Mein Wort oder vielleicht auch dein Motto für das Jahr 2023. Und ich habe einfach als kurze Anleitung dazu geschrieben, wähle ein Wort, das dein kommendes Jahr verbildlicht und dir Kraft gibt. Das Wort erinnert dich daran, deine Träume wahrzumachen. Für mich hat sich die Suche nach dem Wort dieses Jahr ganz anders gestaltet als die Jahre zuvor. Davor war es immer so, okay, ich habe eine gewisse Erfahrung gemacht in dem Jahr zuvor und im kommenden Jahr werde ich das ausbalancieren. Und so bin ich vorgegangen. Also es war mal Wachstum, es war mal Hingabe und dann dieses Jahr hat sich die Suche als, wow, da ist jetzt erstmal ein Raum offen und der ist noch gar nicht gefüllt mit irgendwelchen Vorannahmen, Wünschen oder Zielen oder Fokuspunkten. Und dann war ich in einer Yoga-Session am 31.12. Das war nur eine halbe Stunde und in dieser Yoga-Session am Ende in der Entspannung hat die Yoga-Lehrerin eben angeleitet, welches Wort sich bei den TeilnehmerInnen als Intention für 2023 zeigt. Und bei mir kam ganz intuitiv einfach das Wort Flow. Ohne großen Bim-Bim, ohne große Visualisierung oder setz dir vorher Ziele etc. Es kam ganz überraschend und ganz leise und ganz zart und trotzdem deutlich. Und ja, ich habe das Wort mitgenommen und dachte dann so, oh, das war jetzt irgendwie überraschend und jetzt gucke ich erstmal, ob sich vielleicht noch was anderes zeigt. Und habe mich jetzt aber echt mit diesem Wort so ein bisschen auseinandergesetzt und ja, für mich auch so ein paar Definitionen gelesen, einfach mal gegoogelt, was steckt dahinter. Und Flow bedeutet natürlich so viel wie fließen, auch so ein bisschen Hingabe steckt da, glaube ich, auch mit drin. Es hat aber trotzdem auch diesen Fokus-Aspekt, also man gibt sich einer Sache vollkommen konzentriert und fokussiert hin. Und zwar so sehr, dass man Raum und Zeit vollkommen vergisst. Und ja, irgendwie hat sich dieses Wort so ganz, ganz überraschend und einfach gezeigt. Und ich glaube, das ist mein Wort für 2023. Und ich bin gespannt, wie ich am Ende des Jahres zurückblicke auf dieses Motto oder auf dieses Wort. Und ja, nachdem ich jetzt einfach nochmal dieses Workbook, was ich ja auch schon vor einiger Zeit ausgefüllt habe und ja, manche Seiten sind auch noch leer, manche Seiten sind ein bisschen voller, hat sich doch gezeigt, dass sich dieses Wort, mit dem ich alles irgendwie auch zusammenfasse, doch richtig gut einfügt in die Dinge, die da schon stehen. Und ja, ich freue mich einfach auf das Jahr. Ich bin auch ganz ruhig und auch irgendwie im Flow hier angekommen in diesem Jahr ohne großes, ich muss jetzt noch oder jetzt brauche ich noch oder das steht jetzt noch an. Es war einfach ruhig und in Balance und ausgeglichen. Und ich hoffe, dass ich mir das für dieses Jahr, dass ich das am Ende des Jahres genauso über dieses Jahr sage. Also, falls du für dich diese Jahresplanung noch nachholen möchtest, dann schau gerne in den Shownotes vorbei. Da findest du alle Links, da findest du auch Kontaktmöglichkeiten zu mir, mein Instagram-Account, LinkedIn, falls wir da noch nicht vernetzt sind. Und ich freue mich einfach auf das kommende Jahr mit dir und wünsche dir alles Gute und ganz viel Spaß bei deiner Reflexion. Und bis zum nächsten Mal, deine Julia. Und bis zum nächsten Mal, deine Julia. Bis zum nächsten Mal, deine Julia.